Leute, wisst ihr was das hier ist? Das ist mein Uploadplan, das ist richtig. Am 5.8. kommt die letzte Landesmeisterschaft mit der Meisterschaft der Türkei und dann, ihr seht es schon, beginnt die Tour de France. Davor wird es noch eine Pressekonferenz geben, die nehme ich hier am Samstag oder Sonntag auf, je nachdem. Und schickt mir gerne eure Fragen, entweder unter die PCM-Folgen oder einfach hier drunter in die Kommentare oder auf anderen Wegen, ne, ihr wisst ja wie das läuft und dann beantworte ich die in der nächsten Folge, also 174 vor der Tour. Bis denn!